Hey Freunde, willkommen zum nächsten Dreierfächer der kleinen Batterien von Alba. Ihr habt wahrscheinlich den ersten Teil schon gesehen, falls ihr ihn verpasst habt. Ich packe ihn euch hier oben als I mit rein, könnt ihr vorbeischauen. Wir haben hier die nächste Variante und zwar die Aeon. Wir haben hier den Silberschweifaufstieg zu Silber-Cracker-Bokeh. Ist ja auch erstmal egal, lassen wir uns überraschen. Auch hier wieder die Batterie hat 7 Schuss, 25 Meter Effekthöhe, 10 Sekunden Effektdauer, ist in F2 zugelassen und hat 56 Gramm NEM. Und Preise liegen wir hier bei 2,49 pro kleine Batterie und da baue ich dann wieder jetzt den Dreierfächer und dann sehen wir uns draußen zum Dreierfächer. Für euch noch der Hinweis, lasst doch mir gerne ein Abo da, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Ein Abo kostet kein Geld, tut euch nicht weh und ich freue mich umso mehr. Also Freunde, wir sehen uns gleich draußen zur Zündung der Alba Dreierfächer-Batterie, sag ich jetzt mal von Aeon. So Freunde, der Dreier von Aeon steht an und dann darf ich mal sagen, let's go. Wow. So, also die Ausbreitung ist mega, aber ich glaube da ist nur eine angesagt, beziehungsweise eine. Oh, dann seht ihr mal, beim letzten Schluss ist noch eine weggegangen. Also nochmal eine kleine. Hat leider nicht funktioniert. Ja, trotzdem super Teile. Ja, trotzdem. ARD Text im Auftrag von Funk